Die Vorteile der LASIK-Behandlung ist vor allem die extreme, schnelle, wie wir das nennen, visuelle Rehabilitation. Das heißt, der Patient kehrt zu seinen täglichen Tätigkeiten extrem schnell. Wenn wir zum Beispiel Montag zu Mittag lasern, häufig können die Patienten direkt am Abend was essen gehen im Restaurant. Sie sehen, sie können lesen, sie können Sachen in der Ferne betrachten. Das heißt, die Geschwindigkeit der Behandlung ist enorm schnell. Sie funktionieren direkt am nächsten Tag. Ich lade Sie herzlich ein, einen Termin bei iLaser zu buchen. Dieser Termin kann auch online vereinbart werden. Während diesen Termins werden erste Abklärungen durchgeführt und sie lernen unser Team persönlich kennen.